Nach dem Studium einen Job in einem Top-Unternehmen finden, das ist wohl das Ziel vieler Studenten. Damit das gelingt, ist der beste Einstieg meist ein Praktikum. Darlene Fertin ist 25 Jahre alt und macht derzeit ein Praktikum bei der Salzburg AG. Ich habe mein Studium fertig gemacht, ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert in Klagenfurt und dann wollte ich eben einen Job im Online-Marketing haben. Und da habe ich eben das Praktikum bei der Salzburg AG gesehen, in der Konzernkommunikation. Und genau da habe ich mir gedacht, das war ein guter Einstieg ins Berufsleben. Wir beschäftigen jährlich ca. 100 Praktikanten, wobei ein Großteil im Sommer bei uns ist und natürlich auch viele Studenten in den Frühjahrsmonaten bei uns sind. Die klaren Vorteile für Praktikantinnen und Praktikanten sind dabei eben, dass sie den Arbeitsalltag kennenlernen, dass sie einen Einblick bekommen in die Salzburg AG und sie sozusagen schon mit einem Fuß in der Unternehmens-Tür stehen und wir sie somit auch ans Unternehmen binden können. Darlene's Praktikum dauert sechs Monate lang. Ihr gefällt vor allem die selbstständige Arbeitsweise. Meine Aufgaben sind eben, dass ich mich um die Website kümmere, dass ich da die Inhalte pflege und neue Inhalte einbaue, so wie Büder. Und die Newsletter machen wir eben auch von der Salzburg AG und genau das sind eigentlich die Hauptaufgaben. Ja, es macht mir echt viel Spaß. Und mir taugt es auch, dass ich so eigenverantwortlich arbeiten kann, gleich von Anfang an. Das war eigentlich echt cool. Die Hochschulpraktiker bis zu sechs Monate. Nachdem die Salzburg AG ein Full-Service-Dienstleister ist, gibt es eine große Vielfalt an Bereichen, in denen Praktiker vergeben werden. Das geht ab der 10. Schulstufe bei uns. Es ist so, dass wir sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Studenten und Studentinnen aufnehmen. Und das in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Praktikanten kommen direkt zu den Fachbereichen, haben dann natürlich auch ihre Ansprechpartner, ihre Betreuer und haben so die Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen. Und daneben bieten wir seitens der Personal auch immer an einen Willkommenstag, der heuer das erste Mal virtuell stattgefunden hat über Microsoft Teams, weil auch uns das wichtig ist, die Praktikanten kennenzulernen. Und sie sollten natürlich auch das Unternehmen gut kennenlernen können. Wir haben das gute Segel Faires Praktikum erhalten, letztes Jahr. Darauf sind wir besonders stolz. Die Voraussetzungen dafür sind, dass man faire Arbeitsbedingungen garantiert und auch faire Löhne. Bis Ende des Jahres können Sie sich noch für ein Praktikum für das Jahr 2021 bewerben. Alle Infos zu Praktika bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at 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 www.salzburg-ag.at